Hallo, was machen Sachen? Ja, heute gibt es ein ernsteres Thema. In den letzten Tagen ist was passiert, über das ich halt einfach reden möchte und halt auch so ein bisschen aufklären möchte. Primär geht es halt um die Kontroverse zwischen Nux Tarko und Vijojo und halt dem dazugehörigen Doxing und Blackmailen. Darüber generell möchte ich etwas reden. Den meisten würde das wahrscheinlich jetzt erstmal nichts sagen. Also weder Nux Tarko noch Vijojo sind halt englischsprachige Kanäle. Also Vijojo ist eine Agentur für Vtuber im englischsprachigen Raum und Nux Tarko ist halt ein Vtuber im englischsprachigen Raum. Also ich nehme an, die wenigsten werden eins von beiden kennen. Höchstens Vijojo, das ist ein bisschen größer oder so, aber ich nehme an, die wenigsten würden halt wirklich wissen, was da jetzt vorgefallen ist. Okay. Aber generell, was ist jetzt eigentlich passiert? Also primär geht es darum, dass es einen Doxer gibt, der sich als Vijojo ausgibt. Sprich einfach, da ist einer, der setzt sich hin, gibt sich als Vijojo aus. Er hat eine selbstgemachte Homepage, die halt der Original-Homepage von Vijojo ähnelt und er hat halt gefakte Verträge, die er halt selbst sich zusammengebastelt hat, die halt aussehen wie Verträge. Und dieser Typ schreibt einfach verschiedene Vtuber an und versucht Daten zu bekommen. In dem Fall halt, er schickt halt Leuten einfach eine Anfrage auf einen Vertrag, ob sie da nicht irgendwie Vijojo mitgehen möchten. Und wenn die Leute das ausfüllen, hat er Name, Adresse, Telefonnummer, etc. So halt, was man in so einen Vertrag alles reinschreibt. Und das kann wirklich jedem passieren. Jeder kann eine E-Mail kriegen von einer Gruppe, von einem Verein, von irgendwas und ihr müsst das ausfüllen. Es ist halt eine Masche, die ist teilweise so halt wie das Internet. Die gibt es ja schon seit Jahrzehnten, aber es... Den wenigsten ist es bewusst tatsächlich. Ich will halt auch ein bisschen darüber aufklären. Und ja, falls ihr wirklich mal so eine E-Mail kriegt, ihr kriegt eine E-Mail von irgendeiner Agentur, gerade Leute, die halt selber im Social Media stehen, Leute, die YouTube machen, auch wenn ihr kleine Creator seid. Es gibt immer Vollidioten, die halt aus Lust an der Laune Leute doxen, blackmailen und sonst was. Passt ultra auf, wenn ihr wirklich eine E-Mail kriegt von irgendeiner Firma, sei es aus, keine Ahnung, wollt ihr Werbung mit uns machen, wollt ihr in irgendeiner Gruppe sein, wollt ihr einen Verein machen oder halt irgendwelche Gutscheine oder sonstigen Geschichten. Falls ihr wirklich sowas bekommt, factcheckt das. Sprich, kontaktiert die Firma nochmal auf einer anderen Seite. Nicht über E-Mail, sondern... Ja, viele, viele Sachen sind tatsächlich... Viele Firmen sind auf Twitter oder sonstiges, haben auch Social Media Kanäle. Schreibt da einen an oder guckt dort, ob ihr da eine andere E-Mail findet oder halt... Ja, und schreibt die an. Schreibt die an. Digga, hier, ich bin so und so, Hannes Kunz und ihr habt mich angeschrieben wegen dem und dem. Stimmt das? Wart ihr das? Wenn ihr das fand, würden die sagen, ja, ist legit. Stimmt so? Ist da was? Könnt ihr sagen, nee, ich wollte nur mal auf sicher gehen. Es reicht euch keiner den Kopf ab. Und wenn halt, äh, ja, der Fettcheck nicht funktioniert, dann schreibt das nicht. Füllt das nicht aus. Lass das. Und wie gesagt, das ist halt auch, ähm, ja, generell mein Tipp, wenn ihr irgendwas kriegt, ihr seid euch nicht sicher oder wollt einfach nur mal sicher gehen, kontaktiert die Leute auf anderem Wege. Wie gesagt, die meisten Firmen haben Social Media, viele sind auf Twitter, auf Instagram oder auf irgendwas anderes. Ihr findet schon einen Kontakt und schreibt die einfach privat an. Jetzt halt nicht unbedingt öffentlich, aber so eine Privatnachricht kann man auch immer mal schicken. Ja, das ist mal erster Tipp an euch. Wenn irgendwas Fischiges, fragt nach auf einem zweiten Account und, äh, schreibt dabei, wer ihr seid, was für ein Kanal ihr seid. Das ist immer hilfreich. Hat der nicht immer den gleichen Kanal auf allen Social Media. Okay. So. Und, äh, genau das ist diesem Gustaku auch passiert. Er hat eine E-Mail gekriegt von angeblich wie Jojo. Ja, mir interessiert uns für dich. Möchtest du nicht mitmachen? Hier, füll aus. Da, Vertrag. Und er hat das gleiche gemacht. Er hat das richtige gemacht und ist halt hingegangen, wie Jojo, auf Twitter angeschrieben. Hier, ähm, seid ihr das? Und, äh, wie Jojo kam zurück. Nee, sind wir nicht. Und, aha, da haben wir schon, ähm, ja, äh, da hat sich Schauspielmann eingeschmuggelt. Also, jetzt nicht beispielsweise wie Jojo, aber es ist halt eine Fake-E-Mail. Es ist halt wirklich dieser Doxxer gewesen, der sich halt als wie Jojo auch gibt, der sich tatsächlich auch hingesetzt hat, eine eigene Homepage gemacht hat, die halt, äh, wirklich so aussieht wie halt, äh, ja, die Homepage von wie Jojo. So, und so hat das alles angefangen. Wie Jojo selbst hatte zu diesem Zeitpunkt anscheinend schon, äh, Investigation getätigt, also ist mit, äh, verschiedenen Securities in Kontakt und hat halt, äh, auf der Suche nach diesen Doxxern. Ich weiß nicht, wie weit sie waren. Es gibt keine Informationen dazu. Zu gutem Grund. Kommen vielleicht auch gleich nochmal dazu. Und, äh, Nux Tarko hat auch nochmal separat alles in die Wege geleitet, um das alles zu klären. Und, äh, das ist jetzt alles schon ein Weilchen her. Und, ähm, dann hat sich Nux Tarko gedacht, äh, ja, ich sollte die Leute einfach mal auch mit aufklären und hat ein Video hochgeladen. Wo es halt primär um diesen Fall ging, das Video ging auch relativ in die Tiefe. Es wurden keine Namen und Säute genannt, aber es, um diesen Fall ist, dieser Fall wurde halt doch schon relativ genau unter die Lupe genommen. Ja, und, ähm, genau dieses Video ist vielen, äh, falsch aufgestoßen. Viele hatten halt wirklich Angst bekommen. Primär die, äh, Idols von wie Jojo hatten halt tatsächlich Angst bekommen, dass jetzt durch dieses Video der Doxxer, äh, dazu genötigt wird, oder getriggert wird, äh, noch mehr Zeug an die Öffentlichkeit zu bringen oder halt alles zu vernichten. Das kann passieren. Natürlich, wenn sich jemand in die Ecke gedrängt fühlt, weiß man nie, was passiert. Die Bedenken sind natürlich gerechtfertigt. Es ist so eine Sache, die kann halt immer passieren, nur jemand, der sich in die Ecke gedrängt fühlt, der kann eskalieren. Und man weiß halt nie, was die Leute so treiben. Was wir halt zu dem Zeitpunkt nicht wissen und auch immer noch nicht wissen, beide Parteien hatten ja, äh, Sachen in die Wege geleitet, um halt diesen Doxxer, oder mehr diese Doxxer-Gruppe, ähm, aus persönlicher, äh, Erfahrung kann ich sagen, also es wird nicht nur ein Doxxer sein. Solche Leute agieren in Gruppen, meist in kleineren Gruppen, die auch untereinander, äh, verbunden sind. Ich will jetzt auch nicht so wirklich drauf eingehen, aber wie gesagt, ähm, es wird immer von einem Doxxer gesprochen, das, das, das gibt mir auch so ein bisschen Kopfschmerzen, ähm, wie gesagt, ich hab meine ein oder andere Erfahrung auch gemacht mit dem Thema Doxxing, wie ich halt jung war, wie ich sehr, sehr jung war, war ich sehr, sehr dumm und habe Sachen gemacht, die halt echt nicht feierbar sind. Und ich, äh, war halt auf der anderen Seite, ich war auf der Seite der Doxxer. Primär eigentlich, äh, anfangs, da hab ich's nicht gepeilt, dass wirklich, äh, Leute gedoxst werden oder sonst was, ähm, ähm, ja, ähm, ich hab mich von den falschen Leuten beeinflussen lassen und gedacht, ich tue das Richtige, aber, ja, ich hab halt sehr vielen Leuten sehr wehgetan. Ja, lasst uns einfach dabei stehen, also, ich war auf der anderen Seite dieser, äh, Gruppierung und weiß so ein bisschen, äh, wie das abläuft, also, auf jeden Fall, wie das vor ein paar Jahren abgelaufen ist, ähm, so viel wird sich da wahrscheinlich nicht geändert haben und ich kann mit Sicherheit sagen, die wenigsten, es sind wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr wenige Leute, die wirklich alleine arbeiten. Es ist immer eine kleine Gruppe. Ich hatte wirklich die Erfahrung gemacht, also, es ist so gut wie, es ist einer, der halt so sagt, das und das wird getan und dann sind halt Leute im Hintergrund, die dann halt auf dieses Ziel hinarbeiten. Äh, ich lass jetzt einfach mal so stehen. Ähm, ja, okay. Ich glaub, ich reihe mich grad ein bisschen in die Scheiße rein, aber wie gesagt, ich hab meine Erfahrung, ich kann sagen, es wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht eine Person sein und das, das bereitet mir grad so ein bisschen Kopfschmerzen. Es wird permanent von einer Person gesprochen oder es wird sehr oft von einer Person gesprochen und nicht von einer Gruppe. Ähm, ja, das bereitet mir, wie gesagt, so ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, wie gesagt, dieses, äh, Video haben viele sehr negativ aufgefasst, grad die, äh, Idols, die haben halt, ähm, verständlicherweise Angst bekommen, dass halt was passiert. Ich kann das auch vollkommen verstehen. Wie gesagt, äh, das Video war doch sehr, ging sehr tief, war nicht sehr oberflächlich. Ich versuch, das hier alle so ein bisschen oberflächlich zu halten. Ähm, dass man Angst bekommt, kann ich nachvollziehen. Ja. Was ich nicht verstehe, ist halt die Sache, die danach gekommen ist. Das ist so eine Sache, die, ähm, finde ich nicht okay und darüber will ich reden. Es ging halt darum, ja, die, äh, Idols hatten Angst und, äh, wollten, dass das Video runtergeht, was ich natürlich verstehen kann. Das ist kein Problem, aber wirklich diesen Chitstorm und auch die, äh, Aktion, die Vi Jojo gebracht hat, war nicht okay. Zumal, ähm, Nuxaku hatte sich im Vorhinein schon abgesichert und war mit den Security, Cyber-Security-Leuten von Vi Jojo in Kontakt. Die wussten, dass ein Video kommt. Er hat ihnen das Video gezeigt und hat, ähm, seiner Meinung nach auch ein Okay gekriegt. Ja. Und damit ihr wisst, dass ich halt kein Quatsch erzähle, zeige ich euch einfach, ähm, ja, die, ähm, Diskussionen, die entstanden sind. Ähm, ja, ähm, ja, no shit, die sind halt alle in Englisch. Ich versuch, die so grob zu übersetzen. Ich werde jetzt nicht Wort für Wort zu übersetzen, da bin ich zu viel zu faul. Aber, äh, wie gesagt, das Dokument ist unten nochmal verlinkt. Ihr könnt das alle selber nochmal nachlesen. Und, ähm, ja, wie gesagt, äh, Nuxaku hat das Video nicht einfach so hochgeladen. Er war ja in Kontakt mit den Security-Leuten und, ähm, hatte halt, ja, wie gesagt, Kontakttextaustausch mit ihnen und hat halt sie über das Video informiert und halt einfach Feedback guckt. Ist das okay? Kann ich das so hochladen? Sollt ihr irgendwas ändern? Pipapo. Und hat halt, äh, darauf folgende Nachricht bekommen. Ja, äh, im ersten Punkt geht es darum, dass halt, äh, Sagi kontaktiert wurde und dass es halt um, äh, ein paar Informationen geht. Im mittleren Teil werden halt nochmal Bedenken geäußert, dass halt durch dieses Video, diese, diese Aktion halt der Doxxer sich halt animiert dazu fühlt, dass er halt wirklich diese Leute, die schon, äh, mit im Querfeuer sitzen, dass die halt nochmal spezifisch angegriffen würden. Dass ihnen das halt nochmal wichtig ist, das zu sagen. Und, ähm, ja, wie gesagt, Polizei ist schon in Arbeit. Das ist alles schon, äh, und in Untersuchung. Und die wollten halt einfach nur mal sicher gehen, dass ihm das bewusst ist. Nux-Taku bedankt sich halt dafür und, ähm, er versichert, dass ihm das bewusst ist. Aber er möchte auch verhindern, dass halt auch andere wirklich mit dazu in dieses Kreuzfunger kommen. Und dass auch er mit zusammen, äh, und auch, dass er zusammen mit halt, äh, Polizei etc. halt, äh, daran arbeitet, diesen Kerl zu kriegen. So, und in dieser Nachricht geht halt jetzt nicht hervor, dass wirklich gesagt wurde, nein, du darfst dieses Video nicht hochladen. Das finde ich mir doof. Es wurde aber auch nicht gesagt, wie zum Beispiel, ja, äh, okay, ich frag mal meine Leute, ich frag mal den Chef, ich frag mal die Idol an sich, was sie davon halten. Es wurde halt wirklich zwischen ihm und dem Security Menschen gehandelt, soweit ich das sehen kann. Und wie gesagt, äh, in diesem Abschnitt wurde halt nicht erwähnt, dass halt, äh, das Video nicht hochgeladen wird. Sagen, es gibt Bedenken. Und, äh, bist du dir dessen bewusst? Mehr ist nicht passiert. Ja. Auch einen Tag später wurden auch wieder Bedenken geäußert, dass halt dieser, äh, ja, Doxer durch das Video halt, äh, ja, in Aktion gezwungen wird. Und wir wollten nochmal drauf sicher gehen, ob ihm das auch wirklich bewusst ist. Aber immer noch kein, ja, nee, Digga, lad mal nicht hoch, mach mal nicht. Auch einige Nachrichten später wird sogar gesagt, sie schätzen es, dass, äh, ja, er darauf aufmerksam machen möchte, über dieses, äh, Doxing-Thema. Und es werden halt weitere Bedenken geäußert, dass das halt, äh, ja, die Täter nochmal dazu anschacheln würde, halt die Leute wieder mehrfach anzugreifen. Ja, noch ein bisschen weiter wird halt über einen spezifischen Punkt geredet, dass halt, äh, ein Fan von Uxtaco tatsächlich in diesem Discord selber war, in dem der Doxer agiert. Und, äh, dieser hat halt mitgekriegt, dass jetzt der Nächste, der attackiert worden werden soll, äh, Uxtaco ist. Das fand er nicht so gut und hat diesen halt daraufhin kontaktiert. Darüber wird jetzt halt nochmal geredet. Es gab ja nicht nur diesen einen Verbesserungsvorschlag, sondern tatsächlich ein paar mehr. Es sollten ein paar Namen geblurrt werden. Das Alter des Doxers wurde falsch, äh, benannt. Der ist halt doch nicht über 18. Äh, das wäre eine Falschinformation. Und auch, äh, der wäre mehr als zwei Wochen nur bekannt. Auch, äh, wäre der, äh, Vertrag halt, äh, kein Vertrag von ihm, sondern wirklich ein nachgemachter. Also es ist halt, äh, keiner, der halt irgendwie einen Vertrag, einen echten Vertrag hat und den dann umgeschrieben hat, sondern das war halt wirklich ein komplett ausgedachter Vertrag. Das waren halt so ein paar Sachen, die, äh, gesagt wurden, das sollst du verbessern. Und dann kommt halt noch der Super-GAU, finde ich. Dann bekommt er von diesem Security-Mann noch einen Link für ein FAQ, was er halt verlinken soll. Dicker, wie soll er das verlinken, wenn das Video nicht hochgeladen werden soll? Das ist doch kompletter Quatsch. Das ist doch totaler bescheuert. Lad das nicht hoch, aber hier ist ein Link. Ja, toll, danke dafür. Was soll ich jetzt? Ich soll das Video doch nicht hochladen. Was soll ich da verlinken? Man kann keinen Link auf nichts hochladen. Das ist doch total bescheuert. Es wird geantwortet, dass er natürlich den Link kann er verlinken. Kein Problem. Wird noch ein bisschen geredet, dass er halt so schnell ist und so weiter und so weiter. Und es wird, selbst hier, das ist so, dass das, 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 das letzte Stück, wo sagen wird, er kriegt gesagt, ich lade dieses Video hoch. So, Pima, Daumen, halbe Stunde. Gehe das online. Hier wäre der letzte mögliche Punkt, zu sagen, nein, Dicker, mach nicht. Okay, vielleicht jetzt nicht in diesem Ton, man sollte ja höflich bleiben. Oder sie wollten höflich bleiben, aber man kann auch höflich sein und sagen, nein, lade dieses Video nicht hoch. Wir möchten dieses Video nicht hochgeladen haben. Aber jetzt mal ernsthaft. Immer diese Höflichkeit. Ja, wir wollen höflich sein, deswegen haben wir nicht nein gesagt. Ja, okay. Soweit war schon. Man kann höflich sein, nur nein sagen. Selbst wenn wirklich die Sache gegeben wäre. Es sieht nicht so aus, als wäre ein Naxe Taku und nicht eine Person, mit der man reden könnte. Selbst aber, wenn es so wäre und du hast hier jemanden, der unbedingt mit Ach und Krach dieses Ding da durchdrücken will, dann scheiß doch auf Höflichkeit und sagt, Digga, nein, mach nicht. Wenn du machst, dann gibt es das und das Problem. Dass man halt klipp und klar sagt, was man will. Nicht dieses, ja, eventuell vielleicht und hier, ha, ha und könnte passieren und so und so. Sag, du hast Verantwortung, du bist Security-Mensch, du hast wirklich Verantwortung über die Sicherheit dieser Leute. Drück dich klar aus, das ist deine Arbeit. Du kannst nicht sagen, ja, aber ich habe ihm doch gesagt, das und das könnte schief gehen. Sag, nein. Sag, nein. Sag, du willst das nicht, das ist eine Gefährdung deiner Leute und, äh, ja. Sag, nein, es ist nicht so schwer. Gerade in deiner Position solltest du halt solche Entscheidungen treffen können. Oder? Mal ganz ehrlich. Ich will ja nicht sagen, dass der Mensch da halt wirklich eine schlechte Arbeit leisten hat, aber in diesem Punkt hat er schlecht. Also, Kommunikation scheint nicht so seine Stärke zu sein. Aber für mich wirkt das nach einer ganz anderen Sache. Für mich wirkt das ganz anders. Es wirkt für mich so, als hätte der Security-Mensch sich das durchgelesen und halt durch angeschaut, gesagt, okay, gute Sache, kannst du machen. Video wird hochgeladen und dann gibt es einen riesen Tobaboo von den, äh, Idols, weil die nicht Bescheid wussten. Und die finden das nicht gut. Was ich verstehen kann, wie gesagt, ich kann verstehen, dass man Angst bekommt, wenn so ein Video kommt, weil sie waren die Leute, die angegriffen wurden. Dass man dann Angst bekommt, dass was passiert, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und jetzt stand, wie Schocho halt da in der Zwickmühle. Ja, unser Security-Mensch hat gesagt, ja, kannst du machen? Und, äh, unsere Eils sagen, nee, das finden wir jetzt scheiße. Jetzt sitzen wir in der Zwickmühle und müssen sich da irgendwie rausreden und gucken, ob sie dann irgendwie was verdrehen können, dass, äh, gesagt wird, ja, wir haben doch gar nicht erlaubt. Wir wollten das ja alles gar nicht. So wirkt das für mich, dieses, äh, ja, wir haben Scheiße gebaut und jetzt wollen wir uns rausreden. Wie so ein Kleinkind. Es gab auch drumherum noch viel, viel mehr, was passiert ist jetzt, äh, gerade halt, äh, gegenüber Noxthaco gab es sehr viel Hass, weil er halt ein Opsi gemacht hat. Es kann passieren. Aber es wurde halt alles sehr, sehr hoch gepusht und das ist jetzt halt aber nicht so eine Sache, auf die ich hinausgegülle. Das schmeiße ich jetzt einfach mal an die Seite. Wer will, kann ja andere Videos dazu gucken. Da gibt es das eine oder andere, primär auf Englisch, aber, ähm, ja, wer Informationen dazu möchte, äh, kann da gerne was gucken. Wie gesagt, äh, primär ging es um Stocksing, aber diese, äh, ja, Aktion zwischen, äh, Noxthaco, dem Security-Menschen und Vijojo, die ist mir doch ein bisschen sauber aufgestoßen. Das wollte ich halt auch noch mal erwähnen. Das passt ja irgendwie da dazu. Wie gesagt, Leute, 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 passt auf! Ich kriege so viele Nachrichten, wahrscheinlich der eine oder andere, der YouTube auch macht, auch in der kleinen Größe. Digga, ich hab, was, wie viel hundert Leute oder so? Wie, ich hab keine Ahnung, ich will abonnieren, ich hab es auch vollkommen egal. Ich hab nicht mehr diese Tausender Marke geknackt und selbst ich kriege solche Dinge ja schon von, ja, welche Werbung mit uns machen, möchtest du halt in unserer Gruppe beitreten oder, äh, in diesem Fanclub beitreten und füll das aus. Ja, die meiste Zeit ist tatsächlich, äh, ich frag nach. Ich hab auch schon tatsächlich, äh, Werbungsdinger gekriegt von Firmen, die gar nicht existieren. Ich weiß nicht, was da denn? das Ziel war oder so? Oder halt auch, äh, für Privatleute kennt das bestimmt. Ihr kriegt doch auch bestimmt irgendwelche Gutschein-Links und so weiter. Es ist vom Prinzip dasselbe. Die wollen euch nicht doxen, die wollen halt andere Sachen von euch. Aber guckt doch einfach, was ihr kriegt. Ihr auch, gerade bei solchen Gutschein-Geschichten, guckt euch die URL an. Da sollte zumindestens einmal vorne stehen, äh, von welcher Firma das ist. Zum Beispiel, ihr kriegt einen Gutschein für Amazon. Irgendein, äh, Hinz und Kunz, schickt euch einen Gutschein zu von Amazon über WhatsApp. Schaut euch die URL an. Da steht mit 100%iger Sicherheit in so einem Fake-Link nirgends wo das Wort Amazon drin, ne? Und, äh, jede Menge Kauderwilch in der URL. Das URL ist so eine der Sachen, die man halt sehr, sehr leicht erkennen kann. Wenn da Kauderwilch drin steht und nicht mal wirklich die Firma, die dahinter steht, dann drückt das gar nicht drauf. Und zur Not, äh, googelt einfach mal. Auch, wie gesagt, äh, die Leute, die halt ein bisschen mehr im Social Media da sind, wenn ihr Anfragen kriegt von Firmen oder halt auch von anderen Leuten, ihr seid euch nicht sicher, weil ihr die nicht angeschrieben habt. Ähm, ja, fragt die doch auf anderem Wege. Die meisten Sachen haben, äh, die meisten Leute haben, wie gesagt, auch andere Social Media. Sei es Twitter, sei es Instagram, sei es von mir aus Facebook. Man kann die Leute erreichen. Man ist im digitalen Zeitalter. Man ist immer zu erreichen. Gerade so Firmen, die wollen ja erreicht werden. Und fragt nach, über, äh, Privatnachricht am besten. Nicht eröffentlicht, sondern einfach, äh, Privatnachricht schreiben. Es wird euch keiner den Kopf abreißen. Ihr wollt ja auch nur mal sicher gehen, ob das legit ist, was ihr kriegt. Das war halt mir wichtig. Deswegen wollte ich auch noch über das Thema sprechen. Und das hat sich jetzt halt so ein bisschen angeboten. Ich kann halt zwei Fliegen in eine Klappe schlagen. Eins ist mir das halt sauer aufgestoßen, diese Aktion untereinander. Und halt einfach, das Thema an sich ist halt, ähm, ja, wie gesagt, wichtig. Ich will noch ein bisschen, äh, euch auch in die Köpfe donnen. Passt auf, was ihr tut. Klickt nicht jeden Link an. Und, äh, checkt die Sachen zweimal. Zu nur drei oder viermal. Lieber mal kontrollieren, als halt, äh, ja, irgendwie scheiße bauen. Ne, ne, habt dann den Salat und setzt dann halt irgendwo, ne, jemand hat eure Daten. Und doxt euch. Oder halt, äh, blackmailt euch. Schickt euch Zeug zu. Das muss nicht sein. Ihr müsst euch doch nicht solcher Gefahr aussetzen. Ja, das ist halt das, was mir jetzt wichtig war bei diesem Thema. Das hat sich jetzt halt gerade so angeboten. Das ist halt, ähm, ja, finde ich wichtig. Leute, passt auf euch auf. Passt auf, was ihr drückt. Passt auf, äh, was ihr tut. Ihr wollt ja dann auch nicht so enden, dass ihr halt irgendwelche, ja, Sachen von euch online habt, die ihr ja nicht online haben wollt. Ihr müsst auf euch aufpassen. Ich mein's nicht böse. Ich will halt wirklich, äh, das Beste für euch. Ja. Dann, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr, äh, bis hierhin zugeschaut habt, zugehört habt. Und, ähm, ich hoffe, vielleicht hab ich den ein oder anderen so ein bisschen, äh, sensibilisieren können, dass ihr halt auf sich ein bisschen besser aufpasst und halt vielleicht nicht auf sowas reinfällt. Wie gesagt, es kann jedem passieren. Man kann Pech haben und man kommt ins Kreuzfallen von irgendeinem, der sich für besonders lustig hält oder einfach ein schlechter Mensch ist, was weiß ich. Ja, wie gesagt, ähm, passt auf euch auf und, ähm, habt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.